In letztem Jahr haben wir ein Käsefondi vorbereitet. Es war nicht gut, aber heute, heute, wir machen ein Chocoladefondi. Yeah! Ja! Die Zutaten sind... Dunkelschokolade, Milchschokolade, Dunkelschokolade, Sahne, Banane, 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 Apfel, Apfel, Apfel. Am ersten, wir müssen Banane schneiden. Halt! Ich habe ein gerader Banane. Oh mein Gott! Gerader Banane! Jetzt, wir müssen Apfel wurfeln. Jetzt! 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 Wir müssen Apfel würfeln. Wir müssen 200 Gramm Sahne ins Wasserbate gießen. Und dann, wir haben uns ein Chokolade, Adiren. Jetzt! 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 Aba! Was ist das? Das ist... Oh mein... Das ist... Oh! Das ist... Oh! Das ist... Oh! 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 Multikulti! Oh! 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 Ich heiße Robert Makłowicz. Hallo! Ich heiße Futter, der Wolf. Oh! 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 Dobra, wciąż wadę do gankia, że nie ma cała się wierze. Ssssssssss! Ssssss! Ssssssssss! 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 Ssssssss! Chyba samobójstwo zrobiłem. No. Ta była jeszcze grusza to tak. A! A! O! 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 Dziś tu tak ten zę.